Na Alter, wo gehen wir hin, Alter? Ach was? Wir sind vor allem mit dahin, ne? Mit dem blauen Strich auf dem Tag, mit dem blauen Strich auf dem Tag. Ja, sehe ich. Meinst du, blauen Strich allgemein? Ja, siehst du mich denn wenigstens? Ja, ja. Na, da kann man gar nicht rein, okay? Okay, dann gehe ich mal woanders hin. Ach du Scheiße, ich bin einfach voll gegen die Wand gelandet, Junge. Hm, raus. Okay. Zack. Ach du Scheiße, ich bin direkt auf der Digger. Nachladen, Kumpel, Alter. Na. Geht. Auch Klebeband kann ich direkt meine Wäste machen, Alter. Da warte ich schon direkt zu dir, Alter. Wir weknippen. Ja, aber im Moment ist doch immer die Kill-Leiste verpackt, Alter. Wird nichts mehr angezeigt. Aber mir wird angezeigt. Ja, bei mir nicht. Ja, im Haus ist immer Pumpe, Alter. Ja, ja klar, das ist logisch. Eigentlich, oder? Eigentlich schon. Bist du bei mir? Ja, bei dir. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Hab ich gesagt? Hab ich gesagt. Hier ist eine AR mit Moni. Ja, brauch ich, hab AK. Brauchst du nicht also? Ja, würde ich nehmen, wenn du nicht brauchst. Ja, dann nimm mal nichts, du kacke. Bedien dich, ne? Da komm ich. AR, beste Waffe im Spiel. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Hallo. Wir liegen vor den Helmen, Alter. Bam, Alter. Ja, hallo. Jetzt noch Moni. Ich nehm einen Moni-Pack von der AR. Ja, chill mal ganz kurz. Vielleicht mal bitte schneller. Hebelband-Rüstungskammer. Wir werden von Helm gewonnen. Helm hab ich genutzt. Wiederverwerten. Wiederverwerten. Das sind so viele Pistols, Junge. Brauch ich ja noch. Ich brauch Rucksäcke noch. Wo war ja Moni? Wo war die? Äh, ich glaub hier. Ja. Rucksäcke. Hier ist noch ein Rucksack. War am zerkleinern, Digge. Ja, ja. Ich bin vorm Flow, Alter. Was war dein Trick, den du gesagt hast? Ja, das Spiel ja. Einfach ganz viele Rucksäcke sammeln. Nee. Ähm, Helme. Mit Aimen und so. Mit Aimen. Hab ich gar nicht gesagt. Was hast du gesagt? Hab ich gesagt? Was hast du gesagt? Ich gehe ins Police Department. Komm, komm. Okay, das ist Starbucks quasi. Einfach nur Dauerfeuer und so. Auch mit einem Free Aim, wenn er weit weg ist und so. Ist ein Free Aim. Die Kugeln fallen runter. Auch. Nee. Ja. Was ist das denn für eine realistische, unrealistische Scheiße, Junge? Naja. Hier ist noch... Ah, ja, Moni. Möchte ich nehmen. Ja, warte mal ganz kurz, Alter. Hab ich gesagt? Äh, ich bin drauf. Verreißen. Verreißen. Verwerten. Ey. Gehst du einen? Ja. Da kommt keiner. Da kommt keiner jetzt. Echt jetzt? Ja. Okay, eins. Eine ist vorbei gekommen. Oh, okay. Ja, wusste man auf die Zone. Ja gut, die sind relativ gut noch. Stimmt, wo ist die Zone, Alter? Ja, ist okay. Also ruhig Dauerfeuer und so, aber halt, äh, weite Distanz auf jeden Fall. Ist weiter nach oben. Krass. Hier ist ein Helm, ne? Hier ist auch noch ne AK. Ja, Alter. Ich brauche... Ich will AK haben. Auto, Auto, Auto. Wir nehmen AK. AK. Kann man nur drei, äh... Handwerk. Ja, Rucksack ist so kleiner. Mach ich die ganze Zeit, Alter. Ah. Oh mein Gott. Kannst nicht machen. Mach das nicht. Mach das nicht. Was sind du hier? Ja, voll die Buggy scheiße. Sollen wir ein bisschen nach Norden laufen, oder? Ähm, ja. Ich komm. Ja, ja, Nord-Osten so, ne? So, jetzt hab ich alles gedisst, Alter. Für nix, weißt du? Ey, geil eh, wer. Alter, äh, äh, äh. Äh, äh, geil eh, wer. Boah, gestern Wolverine, glaub ich, lief, ne? Logan, meinst du? Ja, ne, gestern lief, glaub ich, äh. X-Men Wolverine Origins. Achso. Ja, das war's cool. Hab ich ja gar nicht gesehen, Alter. Die sind ja von der Pumpenmonie auf dem Boden, ne? Ah, aber ich brauch ne Pumpe. Hier. Noch Platz? Ja, Digga. Hä? Du brauchst dafür keinen Platz. Ah, ich hab drei Waffen. Ich hab ja schon ne Pumpe. Äh. Hier ist noch ne Pumpe. Ich hab Pumpe. Nordosten. Hier ist noch ein Helm, Digga. Ich hab zwei Helme. Mein Gott, ey. Ah, ja, Nordosten. Nach Norden erstmal, ja. Ne, Nordosten. Da kann man ruhig, Alter. Oh, Otto. Da kann man ruhig ballern, eigentlich, Alter. Der Typ, den ich immer zupen mit, der ist so aggro, Alter. Echt? Ja, gut, der ist aber auch krass, ne? Das ist auch ein Redhead, Alter. Okay. Wenn wir hier reingehen. Ich bin eigentlich safe. Eigentlich nur ein paar Medikits, wenn nicht schlecht. Ich hab da noch. Der Bastard, die locken bestimmt an, Alter. Ja. Ja, lass mal hier so bleiben, Alter. Auto. Oder? Ja. Ich muss das mal einstellen, Alter. Seid zu leise und das Spiel ist dann nicht so laut. Das ist Normal, Alter. BAM 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 BAM. Oh, nein. Die Technik, Thaddeus, die Technik. Die Technik, Thaddeus. Besser, Alter. Der passt in Ordnung. am Start sein. Brauchen wir aber gar nicht ein. Da ist ein Auto. Ooooooooohhhhhh Nee. Alter. Ey. Wenn du sagst, dass Leute Leute Christi sein sollen, Alter. Wird schon. Mal hier reingehen. Oh. War durch beim Hüpfen, Alter. Heu! Hööö! Muss ich noch ein bisschen was abchecken? Boah, er muss gehen nämlich. Auto. Auto gestartet. Daauf, da! Und los geht. Attackiert. Dinn. noch mal ins Haus zurück, oder? wir müssen campen jetzt Illusion, ey, warte oh, noch einer, Alter Max, muss der von hinten kommen, Alter der hast du völlig der kommt raus, der kommt raus der ist raus, der ist raus komm hier rein, komm hier rein du, du, du rechte Tür, ich linke rechts, sicher ich mach linke ich mach linke, ich mach linke, ich mach linke ok, ich mach rechte umpe fühl ich mich unsicher, Alter in einen Schuss, dann nachladen nachladen, man du, die AK raus, AK alter rechte Tür das sind mehrere schau mal oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nicht die Tür zu machen mach die, mach die scheiß verdammte Pante raus, Alter ne, ne, wenn der wenn der da eine Autowaffe hat, Alter oh mein Gott ich glaub der kommt das ist nicht verarschen das ist nicht verarschen oh mein Gott, Alter wir bleiben hier, Alter auf jeden Fall, Mann der ist auch noch die sind da noch ja, ja nicht bewegen halt ja, der guckt grad nach den Loot, Junge ich sehe halt keine Kills, ne, ist das Problem ja doch, ich sehe alle die sind auf jeden Fall am killen die ist wahrscheinlich weg jetzt die ist wahrscheinlich weg jetzt ich anluften oh, nein solltet der mich frechartige Geld haben schein na, wie kann er schneller schießen wie kann er schneller schießen ich habe ihn zuerst gesehen hab zuerst geschossen und er schießt trotzdem schneller ist das dein Ernst vielleicht hatte der ja keine Pumpe der hatte gar nichts, Junge der hat natürlich auch eine Pumpe, Alter der hat durch ein Ding weggeballert, Alter ja, immer im Bumpe ich muss nach Norden, Alter oh, krass ja, aber nee